Moin! In diesem kurzen Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach in WordPress ein Kontaktformular zu eurer Seite hinzufügen könnt. So eine Webseite hat ja meist zwei Aufgaben und die erste ist das Angebot vorstellen, dafür habe ich mal was vorbereitet. So sieht das Ganze aus. Also mein Angebot in dem Fall, ich begleite dich auf dem Weg zu einem eigenen Buch. Ich schreibe ein bisschen was über mich, ein bisschen was über das Ergebnis, das Ablauf, wie das ganze Coaching abläuft und für wen das Paket geeignet ist. Ja, und ganz unten habe ich jetzt hier einen Button hinzugefügt, jetzt Termin vereinbaren. Und was ich da erreichen will, ist die zweite Aufgabe von so einer Webseite und zwar eine Kontaktmöglichkeit anbieten. Ziel ist es also, dass wir eine Seite mit einem Kontaktformular haben, wo die Interessenten ihren Namen, ihre E-Mail, ihre Telefonnummer hinterlassen können, zusätzlich noch ein paar Daten über sich, wie zum Beispiel Webseite oder Thema oder eine Uhrzeit, zu der sie gut zu erreichen sind. Und sobald jemand dieses Kontaktformular ausgefüllt hat, klickt er auf Abschicken und ich erhalte das per E-Mail, die ganzen Daten. Und wenn ich dann irgendwann mal Zeit habe und Lust habe auf E-Mail lesen, dann kümmere ich mich darum. Ja, das wollen wir umsetzen. Also, man kann das ganz einfach auch mit einem Buchungsplugin lösen. Da gibt es für WordPress sowas wie WP Booking Kalender oder so oder Services wie Calendly, sind kostenlos. Aber der Vorteil dieser einfachen Variante ist natürlich, dass ich mir meine Zeit frei einteilen kann und selbst entscheiden kann, wann ich denn Kontakt aufnehme. Besonders für schwer beschäftigte Leute wie mich ist das natürlich perfekt. Also, los geht's. Dazu gehen wir als erstes in das Backend der Webseite. WordPress Backend, hier gehen wir auf Plugins und klicken Installieren. Hier suchen wir das Plugin aus und das heißt Kontaktform 7, wo ich euch unten noch mal verlinkt. Dann klicken wir auf Jetzt Installieren und dann noch auf Aktivieren. Und das war's auch schon. Jetzt haben wir hier eine neue Option und zwar Formulare, Kontaktformulare. Klicken wir mal rauf. Er hat standardmäßig jetzt angelegt. Brauchen wir erstmal nicht. Wäschen. Und dann gehen wir auf Neu hinzufügen. Und jetzt legen wir ein neues Kontaktformular an. Hier sehen wir, wie das Ganze aussieht. Man kann hier normalen HTML-Code verwenden oder aber spezielle Shortcodes für das Plugin. Wir haben hier die verschiedenen Eingabefelder. Dein Name ist als erstes Lichtfeld. Lassen wir drinne. Zweites E-Mail-Adresse. Lichtfeld lassen wir auch drinne. Betreffung und Nachricht lassen wir auch erstmal drinne. Als erstes geben wir der ganzen Kontaktform einen Namen dazu und klicken einmal auf Speichern. Und hier erhalten wir jetzt einen Shortcode. Diesen Shortcode können wir kopieren und auf einer beliebigen Seite einbinden. Das machen wir hier. Alle Seiten. Wir erstellen jetzt mal eine neue Seite. Ich verwende jetzt hier den Classic Editor. Ansonsten kann das bei euch vielleicht ein bisschen anders aussehen, wenn ihr den Gutenberg-Editor verwendet. Und die Seite nennen wir Kontakt. Und auf dieser Kontaktseite fügen wir diesen Shortcode ein und drücken Veröffentlichen. Und jetzt können wir hier sehen, so sieht die Seite jetzt aus. Kontakt, Name, E-Mail-Adresse, Betreff und Nachricht. Jetzt wollen wir dort die eigenen Felder hinzufügen. Bevor wir das machen, erstellen wir gleich noch eine zweite Seite. Ich habe deine Kontaktanfrage erhalten und werde mich schnellstmöglich bei dir melden. Veröffentlichen. So sieht das Ganze aus. Okay, jetzt gehen wir zurück auf unsere Kontaktformulare und bearbeiten unser Kontaktformular. Was wollen wir jetzt hier machen? Wir wollen zusätzliche Felder hinzufügen, um einfach ein paar mehr Daten über unsere Interessenten zu erfahren. Wir beginnen mit einer URL, damit die Leute ihre Webseite hinterlegen können. Das heißt, ich klicke hier auf URL. Ist ein Pflichtfeld. Wer noch keine Webseite hat, ist nicht mein Kunde. Also markiere ich Pflichtfeld. URL, Standardwert, ist egal. Ich kann hier noch einen Wert voreintragen, indem ich dieses Feld markiere. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Jetzt gehe ich einfach auf Tag einfügen. Jetzt habe ich hier von hier oben dieses Label kopiert. Das ist einfach, damit vor dem Feld noch ein kleiner Tag steht. Deine Webseite. Wir machen das mal hier unter der E-Mail-Adresse hin und klicken auf Speichern. Und wenn wir jetzt unser Kontaktformular hier aktualisieren, sehen wir ein neues Eingabefeld. Deine Webseite. Und das gleiche machen wir jetzt auch noch für das Thema und für die Uhrzeit. Also habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Wir können Dropdown, wir können Kontrollkästchen machen, wir können Radio-Buttons machen, Zustimmung, wir können Quiz. Wir können Datum, wir können Textfeld machen, was immer wir gerade brauchen. Was mich noch interessiert, ist jetzt Text mit dem Thema. Nennen wir mal Topic Tag einfügen. Und das gleiche machen wir für die Uhrzeit. Jetzt ergänzen wir jeweils wieder das Label. Ich biete Buch-Mentoring an. Also das bedeutet, die Leute sollen mir gleich schreiben, welches Thema ihr Buch dann ungefähr haben soll. Und ich frage gleich ab, zu welcher Uhrzeit der Interessent gut zu erreichen ist. Damit ich noch erreichen kann, ist eine Telefonnummer noch ganz praktisch. Also ergänze ich die auch noch. So. Speichern das Ganze. Und jetzt sehen wir hier, unser Kontaktformular hat einen Namen, eine E-Mail-Adresse, eine Webseite, das Buchthema, zu welcher Uhrzeit der Interessent gut zu erreichen ist. Er soll seine Telefonnummer mit erlassen und er kann mir noch eine betreffende persönliche Nachricht schicken. Und das war's soweit. Ist gespeichert. Als nächstes gehen wir auf den Bereich E-Mail. An welche E-Mail-Adresse sollen die Kontaktanfragen geschickt werden? Dort nehme ich meine E-Mail-Adresse. Absender, Betreff, hier schreibe ich noch davor. Neue Kundenanfrage auf Buchmentor.com. Und dann das Thema, das der Interessent eingegeben hat. Der Nachrichtenkörper. Und hier steht jetzt bis jetzt nur drin Betreff Your Subject und Nachrichtentext Your Message. Ich möchte jetzt in der Anfrage auch gleich sehen, die eigenen Felder, die ich angelegt habe. Und dazu gibt es hier oben alle Felder, die es derzeit gibt. Also ich kann alle Shortcodes, die ich jetzt hier im Namen, dort beim Formular angegeben habe, hier oben verwenden und mir automatisch per E-Mail schicken lassen. Okay, und das war's schon. Können wir wieder speichern. Dann haben wir unten noch die Möglichkeit, E-Mail 2 anzugeben. Und die E-Mail 2 ist praktisch ein automatischer Autoresponder. Das bedeutet, das ist die Anfrage hier oben. Das kriege ich zugeschickt an meine E-Mail-Adresse und das hier unten kriegt der Interessent zugeschickt. Betreff steht hier oben drin, Nachrichtentext steht hier drin. Und ich schicke dem Kunden praktisch alle Details seiner Anfrage auch nochmal mit. Dann nochmal eine kurze Text dazu. Hallo, ich habe deine Nachricht erhalten und werde mich schnellstmöglich bei dir melden. Und speichern. Und das war's auch schon. Ich erhalte diese E-Mail, wenn ein Kunde oder ein Interessent dieses Kontaktformular ausfüllt und der Interessent erhält diese untere E-Mail hier. Dann kann man auch die Meldung anpassen, wenn irgendein Fehler dort vorliegt oder sowas. Brauchen wir erstmal nicht. Und zusätzliche Einstellungen haben wir dann noch. Brauchen wir auch erstmal nicht. Es gibt dann noch einen guten Tipp. Und das Ganze speichern wir. Jetzt können wir unsere Kontaktform aktualisieren. Und wenn jemand das Ganze jetzt ausfüllt, erhalte sowohl ich eine E-Mail als auch der Interessent. Im nächsten Schritt würde ich jetzt gerne noch alle Leute, die diese Webseite, die dieses Kontaktformular ausgefüllt haben, auf eine spezielle Danke-Seite weiterleiten. Die Idee dahinter ist, dass wir bei solchen Seiten auch immer messen wollen, wie viele Leute kommen auf meine Startseite und wie viele davon füllen wirklich mein Kontaktformular aus. Die sogenannte Conversion Rate. Also wie viele Leute führen genau die Handlung aus, die diese Webseite erzielen soll. Und dazu gibt es noch ein zweites Plugin, das wir installieren können. Dazu gehen nochmal auf Plugin installieren. Gehen auf Plugin durchsuchen. Kontaktform 7 Redirection. Und das Plugin erledigt praktisch die Aufgabe, dass wenn jemand die Kontaktform ausgefüllt hat, er automatisch auf unsere Danke-Seite weitergeleitet wird. Das installiere ich jetzt auch mal. Aktiviere das Ganze. Und jetzt kann ich auf Kontaktformulare gehen. Und habe jetzt hier den zusätzlichen Reiter Redirect Settings. Und jetzt kann ich hier eine Seite auswählen, auf die der Interessent nach Ausfüllen des Kontaktformulars weitergeleitet wird. Danke für deine Kontaktanfrage. Speichern. So und das war es auch schon. Jetzt gehe ich mal auf meine Seite hier. Kontakt. Kopiere mir einmal die URL. Jetzt bearbeite ich meine Startseite. Ich nutze dazu das kostenlose Page Builder Plugin Elementor. Wie ihr das macht, ist natürlich euch überlassen. Und hier unten habe ich einen Button. Jetzt Termin vereinbaren. Und hier kann ich einen Link einfügen. Buchmentor.com slash Kontakt. Button bleibt extra groß und ich drücke auf Speichern. Wie sieht jetzt der gesamte Prozess aus? Ich zeige euch das noch einmal. Die Leute kommen auf die Webseite. Sind natürlich wahnsinnig überzeugt von mir. Scrollen runter und klicken auf jetzt Termin vereinbaren. Sie kommen zu der Kontaktformularseite. So. Ich habe jetzt einmal die Seitenbar hier rausgenommen. Kontakt. Dein Name ist ein Pflichtfeld. Thomas Tester. Und jetzt klicke ich hier auf Senden. So. Sieht gleich viel besser aus. Und jetzt sollten wir eine E-Mail erhalten haben. Zwei E-Mails. Also. Wir sehen zuerst hier. Neue Kundenanfrage auf Buchmentor.com. Hallo Thomas. Ich würde gerne ein Buch schreiben. Von Thomas Tester. Das ist die Anfrage, die ich erhalte, wenn jemand mein Kontaktformular ausfüllt. Ich sehe also, von wem ist das Ganze, den Betreff, den Nachrichtentext und die eigenen Felder, die der Interessent ausgefüllt hat. Also die Uhrzeit, wann ich ihn am besten erreichen kann, die Telefonnummer und das Thema sein des Buches. Die zweite E-Mail, die ich erhalten habe, das ist die E-Mail, die ich erhalten habe, weil ich die Kontaktanfrage ausgefüllt habe. Die erhält also derjenige, der euer Kontaktformular ausgefüllt hat. Hier schreibe ich einmal nochmal rein. Hallo, ich habe deine Nachricht erhalten und werde mich schnellstmöglich bei dir melden. Und nochmal die Angaben, die der Interessent bei mir gemacht hat. Ja, und das war es auch schon. E-Mail ist da. Wahnsinn, funktioniert alles. Ja, unter dem Video findet ihr wie immer alle wichtigen Links. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg im Online-Business und bis bald.